Hallo alle zusammen, erst letztens hatte ich das Glück zu einem Footballspiel eingeladen zu werden und wie ihr mich kennt, habe ich natürlich direkt meine Fotosachen gepackt und wollte los. Eingepackt hatte ich das Enerlid aus München, wer das Objektiv jetzt nicht kennt, ich habe das hier in dem Video ausgepackt. Habe es mir aber vorher nochmal vorsichtshalber im Gegend nicht angeguckt, weil ich irgendwie Erinnerung hatte, dass ich das nicht richtig sauber gemacht hatte. Und dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, das ist richtig dreckig und zwar nicht von außen, sondern von innen. Und ich weiß nicht, ob ihr das in dem Material seht, was ich jetzt einblende, aber da ist von innen ein richtig dicker Fingerabdruck drauf. Und das bedeutet, dieses Ding muss dringend gereinigt werden und zwar von innen und dazu werde ich es zerlegen. Und da sind wir auch schon wieder und zwar mit allem, was wir brauchen. Natürlich als erstes mal das Objektiv, dann wie immer bei mir destilliertes Wasser und Q-Tips. Und weil ich gesehen habe, dass schon von der Frontlinse dieser Rotz, also ich habe keine Ahnung, was da für eine Schmiere drauf ist, nicht richtig weggegangen ist, nehme ich hier diese Hama Reinigungstücher, denn ich habe leider kein professionelles Lenzreinigerzeug, also eine Flüssigkeit. Dann brauchen wir diese dicken Stopfen hier, um das Objektiv aufzukriegen. Und damit wir es mit den eigenen Fingern nicht wegsauen, Handschuhe. Ich ziehe jetzt erstmal die Handschuhe an und spreche hier nochmal deutlich die Warnung aus. Objektive aufschrauben, das verschlechtert meistens immer die Optik und Objektive zu öffnen ist immer eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Und zwar habe ich hier leider weder die Ausbildung noch die Messgeräte, um sicherzustellen, dass danach die ganzen Linsen wieder richtig justiert sind. Das bedeutet, Objektive nicht öffnen, nur weil so ein ganz kleines bisschen Zeug drin ist, sondern erst öffnen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und das Objektiv richtig verschmutzt ist. Das ist hier meiner Meinung nach der Fall. Ist natürlich aber auch wieder Ansichtssache. Als erstes, um das Objektiv aufzumachen, gucken wir jetzt hier erstmal... Ups, das hätte nicht passieren sollen. Welches Ding hier passt, das ist es nicht. Das ist es, super. So, dann drücken wir das hier mit der Kante hier gegen und schrauben den Namensring weg. Diese Dinger hier sind allerdings mit 40 Euro aus Ebay China auch ein bisschen teuer. Das kriegt man auch günstiger hin. Zum Beispiel kann man hier auch gut einfach einen Gummischlauch und eine Objektivkabel benutzen. Und das Ding ist schon ab. So. Jetzt gehen wir vorsichtig her und kippen die Linse. Da haben wir unser Element. Das Objektiv am besten jetzt so hinstellen, dass es von oben nicht zustaubt, denn Staub ist ein großer Feind von uns. Hier haben wir jetzt das wunderschöne Frontlinsenelement. Wir legen das vorsichtig ab. Nehmen wir uns unser Hammerreinigungstuch. Geh auf. Das ist mal so ein bisschen ein Problem mit diesen Wollhandschuhen hier. Und gehen her. Ich gucke mal, ob ich den Fingerabdruck sehe. Ja, das sehe ich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gut seht. Aber in der Innenseite ist richtig mutschel drin. Immer in kreisenden Bewegungen. So. In der anderen Seite auch nochmal. Von innen. Legen wir es vorsichtig hier drauf. Und dann werde ich mir mal den Rest des Objektives angucken. Ob hier das nächste Linsenelement auch schmutzig ist. Ne, das sieht sauber aus. Trotzdem. Wenn man von dabei ist, kann man auch mal den minimalen Staub entfernen, der sich immer diesen Linsen ansetzt. Das sieht hier aber human aus. Also kümmern wir uns weiter um den Kandidaten hier. Gehen wir nochmal drüber. Von unten. So. Dann nehmen wir uns Wattestäbchen. Übrigens, auch immer gucken, besonders wenn ihr hier mit nackten Fingern in diese Packungen geht, gucken, dass ihr die Köpfe nicht berührt. Am intelligentesten ist es sowieso, sich eine Packung Wattestäbchen zuzulegen für die Ohren und für andere Sachen, fürs Schminken und so weiter. Und eine, die dann wirklich nur fürs Linsenreinigen da ist. Was hier drauf ist. Ja, das ist von der anderen Seite. Genau, das hier ist innen. Konkave Seite ist innen. Und immer die Lichtspiegelung benutzen, damit ihr was seht. Am besten diese Linsen hier nicht anhauchen, auch wenn ich hier mal ein bisschen bezweifle, dass dieses Objektiv hier vergütet ist. Ja, sieht man eigentlich, wenn man nur weiße Spiegelung hat, ist das Objektiv normalerweise nicht vergütet. Ohne mal, die Innenseite sieht human aus. Auf der Außenseite habe ich auch noch ein bisschen Blödsinn gesehen. Ja, das ist mir jetzt auch nicht ganz wegpoliert. Mal gucken, kann sein, da kann auch sein, dass das Beschädigungen sind. So ist das innen, oder ist das auch möglich, mal gucken. Ja, es scheinen Mikrokratzer- oder Makroputzspuren zu sein. Der Fingerabdruck ist weg. Ich sehe das hier in meinem Fenster. Gehe ich aber vorsichtshalber nochmal auf beiden Seiten her. Vielleicht geht es ja doch weg, wenn man nur oft genug drüber geht. Übrigens ist es viel eleganter, wenn man sich einen Saugnapf nimmt, um die Linsen aus dem System rauszuhieben und nicht dieses Stürzen macht und dann auf die eigene Hand haut und dann hoffen, dass die Linse rausfällt. Das ist mal wieder eine Sache, wo ich dann mal wieder so vollkommen nicht Hightech arbeite. Aber so ein Linsensaugnapf war mir echt zu teuer. Der hat auch nochmal 15 gekostet. Das, was man hier noch sieht, sind... Ja, so ein bisschen geht das weg, aber nicht ganz. Ich könnte auch meinen, dass das irgendwelche Verätzungen sind von irgendeinem viel zu starken Putzmittel. Das ist wahrscheinlich jemand. Irgendwann mal hat er gemeint, mit einem Glasreiniger an seine optischen Linsen drangehen zu müssen. So, letztes, was ich noch probieren könnte, ist, ob sich da was tut, wenn ich da nochmal mit destilliertem Wasser drangehe. Übrigens ist dieses Ding, wenn ihr das auch habt, ein Einwegding. Das bedeutet für euch, Wattetipp rein und danach mit dem gleichen Wattetipp nicht mehr zurück in das destillierte Wasserkästchen, also in dieses Döschen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Ja, ist auch cool, dass ich hier so einen Härtefall habe. So kann ich im Video einmal alle Härtefälle präsentieren, die einem so begegnen können, wenn man diese Convuls kauft oder billige Linsen im Internet. Da kann man nämlich ziemlich einen Blödsinn kaufen. Oh, Backe, jetzt löst sich hier der schwarze Lack von den Linsenrändern ab und meint hier über die Linse wandern zu müssen. Natürlich auch nicht cool. Ja, da sieht man mal diese komischen Verdreckungen, die hier drauf sind. Die gehen nicht ab, aber den Lack von den Linsenrändern ist natürlich auch nicht schön. Die Innenseite ist frei von Wasser, aber diese komischen Beschädigungen sehe ich immer noch. Eigentlich kenne ich solche extremen Putzspuren nur von russischen Linsen. Die haben da scheinbar leider in der Sowjetunion damals echt mit Schleifpapier-Linsen geputzt. Ja, das ist immer noch da. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier diese Lackabplatzungen hier human von der Linse wegbekomme. Und ja, bekomme ich. Das sieht ja gut aus. So, jetzt überprüfe ich die Linse nochmal. Die Beschädigungen sind immer noch vorhanden und ich sehe auch noch so ein Stück vom Fingerabdruck. Dummerweise, was ist denn da drauf? Das ist wahrscheinlich irgendeine Substanz, die ich da reingeätzt habe. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Aber versenken wir die Linse wieder, vorsichtig. So, gesessen. So ein bisschen Staub. Und wir schrauben auch das Namensschild wieder hinein. Erstmal können wir mit den Fingern machen. Den Rest machen wir unserem Freund, dem... Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Einmal feste, nicht zu feste. Vielleicht will es ja irgendwann jemand wieder aufschrauben. Wir gucken uns das ganze Ding nochmal an. Und das Ding sieht besser aus als vorher, aber diese Sachen sind echt nicht ganz weggegangen. Ich weiß Gott, was der Vorbesitzer da draufgekippt hat. So, das war es auch schon fast mit dem Video. Wir sehen uns in einem anschließenden Testvideo. Mal gucken, ob unser Münchner Annalyte jetzt ein paar mehr Linien schafft. Und da bin ich auch schon wieder. Und zwar mit dem Testchart. Da bin ich mal gespannt, ob wir hier mehr erreichen. Und es wird schärfer, 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 schärfer. Immer noch schärfer. Und erstmal den schärfer Punkt finden. Hier wird es wieder unscharf. Schärfer, schärfer, schärfer. Hier müsste der Peak sein. Und wenn mich das nicht tollt, sind jetzt die 200er Linien viel differenzierter als vorher. Und auch zumindest die vertikalen 250er Linien sind relativ gut erkennbar. Am besten blende ich hier nochmal einmal wieder zurück zum ersten Footage. Und das müsste dann besser zu beurteilen sein. Was ich auch noch kurz sagen muss, ist, dass ich das Elmarit eben noch einmal aufgeschraubt und noch einmal gründlich durchgeblasebalgt habe. Weil da doch dann schon ein paar Sachen drin rumgeflogen sind, die mir dann so nicht wirklich gefallen haben. Es ist auch immer so, dass wenn ihr nach dem Zerlegen eines Objektivs und dem anschließenden Prüfen auf Staub oder so feststellt, dass da zu viel Staub drin ist, lieber noch einmal aufmachen, lieber noch einmal durchblasen, noch einmal zumachen. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Solange bis ihr ein möglichst staubfreies Objektiv habt. Aber um diesen Test hier noch perfekt zu machen, werde ich jetzt nochmal auf ein ganz anderes Objektiv wechseln. Und zwar auf das Super Takuma 135mm f3.5, welches als einer der besten Objektive in dieser Reichweite gilt. Und mal gucken, ob das die 250 Linien schafft. Also Bilder vom angeblich besten 135mm 3.5mm Objektiv, das es gibt. Und wir gucken. Wo ist der Peak? Hier müsste der Peak sein. Doch, geht noch schärfer, geht noch schärfer. Und hier verliert es wieder Schärfe. So. Und wir sehen, das ist auch nicht wirklich viel schärfer, also in meinen Augen jetzt, als das reparierte Emmalit. Die 200mm Linien sind beide gut erkennbar. Und auch die 250mm Linien sind gut. Fällt das ja doch besser. Wollen wir den Peak? Wollen wir den Peak? Da haben... Da... Hier müssen wir den Peak haben. Allerdings kann ich das auf dem kleinen Monitor wirklich nicht gut beurteilen. Aber ich könnte schon glauben, dass die 250mm... Nein, die 250mm Linien sehr gut zu erkennen sind. Ich blende mal wieder hier einen Vergleich zum reparierten Emmalit ein. Bevor ich jetzt aber vielen Dank für die Zukunft und bis dann sage, habe ich hier noch eine Information für euch. Und zwar hat ein anderer analoger Kanal, den ich sehr schätze, der auch früher angefangen hat als ich, angekündigt, wieder Videos zu machen. Ich verlinke den Guten mal hier. Na gut, ihr könnt jetzt meine Finger nicht sehen. Der Gute nennt sich Pamato Photography. Er hatte damals ein Format im Programm, welches sich Back to Analog nannte. Das habe ich damals sehr gerne geguckt und würde mich echt freuen, wenn das wiederkommt. Noch hat er nicht genau angekündigt, was da kommt. Aber ich freue mich trotzdem schon mal. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis dann. Das geht doch wunderbar. Und natürlich beim Kippen vorsichtig sein, aber erst mit zwei Händen. Das ist auch noch eine PET-Flasche. Ich habe übrigens vorgenommen, demnächst mal ein bisschen präziser zu arbeiten, was die Entwicklung angeht. Oh, wie das Zeug so überhaupt keine Geräusche macht, wenn man es durch die Gegend kippt und hineinkippen. Leider hat dieses Ding hier keine Angaben, wodurch ich nicht kontrollieren kann, ob das jetzt genau ein Liter geworden ist. Aber das müsste so passen. Pasen. Pasen. Vielen Dank.